Wie lange soll der Krieg denn noch weiter gehen? Ist es nicht denn sinnvoll, wenn westliche Manpower die Nord- und Ostflanken absichert? Ist es denn nicht sinnvoll, wenn... Wie lange soll der Krieg noch weiter gehen? Das ist erstmal die Frage, aus welcher Sicht. Als Mensch wollen wir natürlich, dass der Krieg jetzt aufhört. Damit das Sterben aufhört. Die Ukraine will auch jetzt aufhören, aber die will auch ihr Land zurück und ihre Landsleute in den besetzten Gebieten nicht den Russen überlassen. Als geopolitisch denkender Mensch kann man entweder sagen, jetzt mit einer möglichst krachenden russischen Niederlage oder erst in zehn Jahren, wenn es keine Russen mehr gibt. Denn wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir durchaus eine Interpretation dieses Krieges so bewerten können, dass ein Fortdauern des Krieges durchaus im Interesse des Westens ist. Denn Russland packt immer größere Teile seiner nationalen Wirtschaft in die Rüstung und es schickt immer mehr Russen an die Front, wo sie sterben und verstümmelt werden. Russland wird gerade mit jedem Tag schwächer. Russland hat auf dem Kaukasus, haben wir ja schon oft darüber gesprochen, wir haben heute über Armenien gesprochen, dass wir darüber reden, ob Aserbaidschan vielleicht einmarschiert, um sich die Provinzen zu holen, diese Exklaven zu holen. Das war undenkbar vor drei Jahren. Dass sie hier, ich meine, das ist ja nicht weit, aber dass sie das hier überqueren, um das in Anführungsstrichen zu befreien, oder rein technisch gesehen ist es wohl eine Befreiung, um das zu befreien, das war undenkbar. Heute ist es eine realistische Option für die Aserbaidschaner. Weil Russland so geschwächt ist. Und je länger der Krieg dauert, Russland wird in dem Krieg nicht stärker. Es verblutet seine Jugend, viele davon, die noch keine Kinder hatten, in einem Land, in dem die Demografie kollabiert. Also ich sehe nicht, dass Russland in diesem Krieg als Sieger hervorgehen kann, aus strategischer Sicht. Sie mögen die Ukrainer vielleicht irgendwann niedergerungen haben, aber gewonnen sehe ich nicht, dass sie da nennenswert gewonnen hätten. Das habe ich ja schon in der Vergangenheit gesagt. Strategisch hat Russland den Krieg bereits verloren. Weil es beim Krieg eben nicht nur um Territorium geht, sondern, wie es Klausewitz so gut gesagt hat, um die Politik. Und politisch hat Russland den Krieg verloren. Bereits jetzt. Das sehen wir im Kaukasus. Das sehen wir in Zentralasien. Und aus dieser Hinsicht könnte man sagen, dass in Teilen des Westens man wahrscheinlich weiter wünscht, dass der Krieg noch eine Weile weitergeht. Aber menschlich wollen wir natürlich, dass er morgen aufhört. Oder jetzt aufhört. Wo dann vielleicht der richtige Zeitpunkt wäre, ich glaube, in Deutschland wird heute auch Volkstrauertag gefeiert. Denn heute ist natürlich der 11. November, wo der Erste Weltkrieg geendet hat. Am 11., in der 11. Stunde, am 11. Tag des Novembers, des 11. Monats. Auch ein bisschen immer eine Sache, die mir jedes Mal übel aufstößt, wenn ich daran denke. Ich glaube, der Waffenstillstand ist verhandelt worden um 5 Uhr morgens. Und damit es sich schöner anhört, haben sie gesagt, um 11 Uhr. Das heißt, zwischen 5 Uhr und 11 Uhr sind noch Tausende, Tausend oder Tausende gestorben. Damit man eine schönere Zahl präsentieren kann. Natürlich braucht es eine Weile, die Nachrichten zu übermitteln. Aber man hätte auch sagen können, sofort, wir schicken es sofort raus und hören so schnell wie möglich auf. Dann hätte halt an Teilen der Front, hätte man noch drei Stunden weiter gekämpft, während an anderen Stellen bereits Ruhe gewesen wäre. Das hätte man auch machen können. Aber nein, man hat gesagt, zur 11. Stunde. Und die Entscheidung fiel um 5 Uhr. Das hat garantiert jungen Männern, das hat garantiert wahrscheinlich Hunderten, Hunderten das Leben gekostet, auch auf beiden Seiten. Völlig unnötigerweise. Das ist, das ist jedes Mal, wenn der 11. November ist, muss ich daran denken, was für unfassbar zynische Dreckskerle dort in Compiègne waren, die, die, um eine schönere Zahl zu haben. Weil das hört sich schön an. Zur 11. Stunde am 11. Tag des 11. Monats. Ansonsten gibt es keinen rationalen Grund. Man hätte auch 10.30 Uhr sagen können, wenn man sagt, wir brauchen 5 Stunden, um das alles zu vermitteln. Nee, man sagt 11 Uhr. Das hat Menschenleben gekostet. Und natürlich wünschen wir uns als Menschen, dass der Krieg morgen vorbei ist. Dass ich hier zwei Monate Urlaub machen kann, ohne Livestreams, und danach halt nicht vor 10.000 Streamen, sondern vor 1.800, weil ich über den Sudan rede und der Großteil von Ihnen, die sich das nicht interessiert. Wenn dafür das Sterben in der Ukraine aufhört, wäre das ein fairer Preis, den ich gerne bezahlen würde. Also ich würde mir natürlich ein Kriegsende morgen wünschen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.